9. Juli, 18 Uhr, unterwegs Richtung Neustrelitz. Erste Angabe Richtung Minden. Ja, es ist jetzt 18 Uhr, wunderbares Wetter. Trampeln werde ich jetzt nicht, weil ich den Computer auf dem Schoß habe. Aus dem Zweig Active aufgenommene Impression der Handschaff. Man kann hier ganz beschaulich dahergleiten oder auch Gas geben. Ich fahre jetzt hier so über die Dörfer. Das scheint mir eine sehr kleine Straße zu sein. Und kapitieren, trecken. Na, ich bin mal gespannt, ob der Weg hier überhaupt weitergeht. Meine Navi behauptet es. So weit, so gut. Schauen wir mal. Wenn nicht, habe ich jedenfalls eine nette Optik eingefangen. Na, es scheint doch weiter zu gehen. Und schon. Okay. So.